Ganze sechs Jahre mussten die Fans auf diesen Moment warten. Endlich flimmert der neue James Bond-Streifen. Keine Zeit zu sterben über die Kinoleinwände. Dienstagabend wurde in London Weltpremiere gefeiert, mit jeder Menge Stars und ein bisschen Regen. Selbst die Royals marschierten auf. Mit ein wenig Verspätung kamen Thronfolger Prinz Charles und seine Camilla, sowie Prinz William mit Herzogin Kate, die unfassbar schön in ihrem goldenen Jenny Beckham-Kleid strahlte. Damit stahl sie fast dem Star des Abends, Hauptdarsteller Daniel Craig, die Show. Aber nur fast. Er entschied sich nämlich für seinen großen Red-Carpet-Moment, für eine knallige Farbe. Sein Tom Ford, Sarko, erinnerte an eine reife Himbeere. Es ist so eine große Erleichterung. Es ist so, ich meine, es war mir so wichtig, mit all den anderen Darstellern und Crews zu feiern und es in die Kinos zu bringen und wir sind hier. Und vor einem Jahr habe ich gedacht, das wird niemals passieren. Aber auch die restliche Gästeliste konnte sich mehr als sehen lassen. Bond, Bösewicht und Oscar-Preisträger Rami Malek, Kollegin LaShana Lynch, die erste weibliche Doppel-Null-Agentin, Bond-Girl Anna de Armas, Popstar Billie Eilish, die mit ihrem Titelsong No Time To Die jüngste Bond-Sängerin aller Zeiten ist und noch viele mehr. Als Dankeschön für ihren Einsatz in der Pandemie durften sich Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Mitglieder des Militärs den Film mit den Stars ansehen.